Ich flieg aufm Weg, bringe Terror in die Stadt, räume Rapper auf Seite, klick, klack, Schachmatt, scheiß auf paar Rapper, die nicht mal was drauf haben, langweilig, genauso wie Hausaufgaben. Viele wollen haten, haben alle gar keinen Plan, machen auf Gangster, saßen wegen Schwarzfahren, die Attrappen teilen ihre Tracks über Facebook, verkacken den P2, rappen auch ne schlechte Hook. Diesen Rapper will ich sagen, hört lieber auf, die Leute interessiert sich heimlich für Eiskunstlauf, na klar, jeder Rapper will eigentlich Erfolg haben, Volksmann, Bruder, ich will lieber BMW fahren. Sieh von 0 auf 100 an den Spasten vorbei, will selber nach oben und ich mit Arschkriecherei, doch scheiß drauf, viele haben hier Talent, wie ne Therapie, Rap ist mein Medikament. Oh, Shay, Money. An einem verregneten Mittag, sitz ich im Studio bei Garn wie kein Dritter, es brummt und knallt wie ein Gewitter, wir schauen raus aus dem Fenster, nein, es sind die Beats, die bringen dich zum Zittern. Lass mal schnell zu Ende aufnehmen und gehen, weil mein Handy ist am durchdrehen, ich muss sehen, wo ich bleibe, was ich vorhatte, verfliegt sonst wie Kreide, das müsste ich vermeiden. Also auf dem Weg zum Treffen, muss ich mein WhatsApp öffnen, um zu checken, um welchen Standort es sich handelt, ihnen zu begegnen, diesen Steffen. Obwohl es sich um Kilos handelt, bin ich am hoffen, dass weiteres nicht passiert, mein Bewusstsein ich verliere, auch wenn die Bullen versuchen, mich zu kontrollieren. Frage ich ihn nett, ja, wo ist das Problem, Herr Officer, da ich weiter muss, mein Anwalt ist für alles weitere da. Und so nehm ich meinen Lauf zum Kreis aus, da ist er auch schon, er sieht irgendwie blass aus, doch im Gedanke sitz ich schon im Haus und Garten, ungeduldig, bis ich die ersten Party starte. Und dann geht es schnell, ich seh nur die Marke, die er hält und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Fünf maskierte Jungs, ich zieh die weiter P96 aus, was für Teleskop und Kette, du Kind, was für Schlagring, ich hab für jeden Einzelnen ne Kugel im Sinn. Es ist erstaunlich, dass er 205-Torvetter, die Rhymes kriegt, der Typ entweilt, Terror-Song gibt allen Rankern in Zeit. Gegen DJ Gunner meiner Seite reite ich weiter, die Leiter straight nach oben, hype ich weiter, dieser reimende Reimer. Wer diese rallende Scheiße vor live mit Seinus begleitet, ich weiß, ich fall nicht, doch ich lall nicht so wie fallende Eimer. Denn sag mir, welche Crew ist heute noch tough in der Stadt, sogar Blockhaus-Besloft-Spot, wir haben es hotter gemacht. Wir haben Rapper gekillt und unseren Sound durchgesetzt, du willst Beweise, Huns, es gibt zigtausend im Letzt. Doch brauch ich reime Ketten, weil ich dessen Close besser nicht weitermessen brauch, es tut nur weh wie tausend Messer im Bauch. Und deshalb fallen die meisten, ich will die Hallen bescheiden, ich nenne mich Terror-Sound, der Meister hört die barrenden Reime. Dass das R zu dem O zu dem W, was geht ab mit euch? Dass der Sound für die Massen wurde krass enttäuscht. Ich habe 4-O zu dem W vai! Bis zum nächsten Mal.